Es ist eigentlich unglaublich, dass man euch das jetzt sagen muss. Aber wir müssen jetzt sagen, das Abwenden von Weihnachtsgarten ist erstaunlicherweise auch im Hilfsmannstaat nicht verboten. Euer Verein konnte strafen, ihr schadet euren Klub. Könnte derjenige, der das veranstaltet, von den anderen darauf hingewiesen werden, dass ihr eurem Klub schadet. Lasst uns bitte bleiben. Wir werden jetzt die Fußballspiele, diese Vorwärtsleute, die haben vorhin geäußert. Und den Frankfurter Fans sei gesagt, ihr macht den Fußball kaputt. Ich bin nicht jamer Russia. Ich bin nicht jemamer Bonjour. Ich bin nicht jemer Server. Ich bin nicht jem perchelim.